In der gesellschaftlichen Diskussion über das Thema Organtransplantation fällt ein Aspekt ganz regelmäßig unter den Tisch, nämlich die Auswirkungen auf Psyche und Bewusstsein von Spender und Empfänger. Burkhard Heims' Modell von Psyche und Bewusstsein wird uns heute diese Prozesse etwas erhellen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Habt ihr euch Gedanken über das Thema Organspende gemacht? Habt ihr darüber mit Freunden, Angehörigen gesprochen? Habt ihr einen Organspendeausweis oder noch viel besser eine Patientenverfügung, in der euer Wille für den Fall eines Falles klar und eindeutig festgehalten ist? Wenn nicht, fangt am besten noch heute an, legt euch sowas zu, einen oder einen Zettel in der Brieftasche, auf dem eindeutig Ja oder Nein steht, ist besser als gar nichts. Die allermeisten Mediziner verdrängen die psychischen, metaphysischen und paraphysikalischen Aspekte des Sterbens, sowie die breite Mehrheit unserer Gesellschaft. Ethische Fragen in diesem Bereich werden zumeist nur auf das körperliche Leben reduziert, nicht das gesamte Dasein, sondern nur auf den materiellen Körper und dessen Wohlergehen. Und alles andere wird unter den Tisch fallen gelassen. Dass ein Mensch nach der Diagnose Hirntod tatsächlich tot sein soll, das hat die Erfahrung längst widerlegt. So viele sind danach schon aufgestanden wieder, als wäre nichts gewesen. Das wird in den allermeisten Fällen von der Medizin verdrängt, weil es nicht ins materialistische Weltbild passt. Das kann einen leicht sehr wütend machen, diese Praxis. Ich halte mir dann immer vor Augen, das Verhalten der Mediziner und Juristen ist durch tiefe Unwissenheit und Angst vor dem Toten motiviert. Und ich kann Ihnen beides nicht nehmen, indem ich Sie dafür verurteile, so abartig diese Praxis auch sein mag. Man kann bei diesem Thema natürlich noch ganz andere Fässer aufmachen, wie zum Beispiel das über Sterbehilfe, aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich möchte stattdessen jetzt zwei Fälle vorstellen, die jeder allein für sich genommen schon eigentlich beweisen, dass Bewusstsein, Psyche und Charakter keine Folge von reinen Hirnprozessen sind, die mit dem sogenannten Tod einfach weg sind. Der erste Fall betrifft einen jungen Mann, an dem eine Herztransplantation, der ein Herz eines Spenders umfangen hatte. Dieser junge Mann war Veganer und hatte ein Fäbel für Heavy-Metal-Musik. Nach seiner Transplantation entwickelte er eine Leidenschaft für fettiges Fleisch und wollte kein Heavy-Metal mehr hören, sondern nur noch Rock'n'Roll. Es stellte sich heraus, nach einigen Recherchen, dass genau das der Essens- und Musikgeschmack seines Spenders gewesen war. Der zweite Fall erregte einiges Aufsehen. In diesem Fall betraf eine Herztransplantation, wieder eine Herztransplantation, bei dem ein achtjähriges Mädchen das Herz eines zehnjährigen Mädchens bekam, welches ermordet worden war. Nach zahlreichen Albträumen und Therapiesitzungen konnte das transplantierte Mädchen eine genaue Beschreibung des Tatherganges und des Täters liefern, der zu dessen Verurteilung, Verhaftung und Verurteilung führte. Das Gericht erkannte die Art dieser Informationsgewinnung an und keiner der konservativen Mediziner im Publikum traute sich etwas dagegen zu sagen. Das sind nur zwei von über 100 Fällen, die der Neuropsychologe Dr. Paul Pearsall, der lange in der Forschung in den USA tätig war, über die Jahre gesammelt hat. Und nicht alle betrafen das Herz. Es gibt auch Fälle dieser Art, in denen Leber oder Niere transplantiert wurden. Diese Wesensveränderungen sind für die allermeisten Betroffenen belastend. Mal ganz zu schweigen von den dazukommenden eventuell Schuldgefühlen für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich oder mitverantwortlich zu sein. Die Autorin Anna Bergmann schätzt, dass 50 bis 70 Prozent aller Transplantierten unter solchen Folgen zu leiden haben. Ich setze euch ein paar Literaturangaben dazu in die Videobeschreibung. Jetzt möchte ich mich aber der Frage zuwenden, wie man diese Wesensveränderung verstehen kann. Nun sehen wir uns jetzt wieder Burkhard Heims Modell des Lebensprozesses an. In seinem Modell besteht lebende Materie aus einem entelechial geschichteten Gefüge von Organisationsniveaus. Indem jedes übergeordnete Organisationsniveau das darunterliegende strukturiert. Also diese Organisationsniveaus, das sind die DNA, die Chromosomen, die Zellorganellen, die intrazellulären Kreisläufe, Prozesse, die zelluläre Einheit, homogenes Gewebe, heterogenes Gewebe, ganze Organe und schließlich der komplette Körper. Diese Struktur ist im Sechsdimensionalen, diese rein körperliche Struktur zunächst mal, ist aber im Sechsdimensionalen geknüpft an transzendente Vorgänge. Jeder einzelne, auch auf mikroskopischer und subatomarer Ebene. Und diese transzendenten Aktivitäten, wie es Heim nannte, sind die eigentliche Ursache dafür, dass sich Materie auf diese ungeheuer komplexe Weise lebendig organisieren kann. In diesem transzendenten, in diesem transzendenten Bereich der Welt läuft auch alles ab, was an Wahrnehmung, Reaktionsverarbeitung und auch Gedächtnis, mithin das, was wir Psyche nennen, all das läuft dort ab und ist dort lokalisiert. Die Psyche ist dann also nicht mehr bloß ein Epiphenomen, sondern etwas, das ein reales physikalisches Substrat hat und das in trans-Dimensionen gewissermaßen zu Hause ist, in der fünften und sechsten Dimensionen. Wer neu auf dem Kanal ist und bei Burkhard Heim vielleicht insgesamt ist, ich hoffe, ich kann euch motivieren, die Playlist über die sechstimensionale Welt einmal anzufangen oder zumindest reinzuschauen. Dort erkläre ich das alles viel ausführlicher, als ich das jetzt machen kann. Wer sich von den Begriffen an dieser Stelle noch verwirrt fühlt, vielleicht kann man in anderen Begriffssystemen sagen, morphogenetische Felder, feinstofflicher Aspekt des Lebens und so weiter. Aber Heim hat solche Begriffe nie benutzt, weil sie für seine Zwecke und sein Detailreichtum einfach viel zu unpräzise waren. Was geschieht nun, wenn ein Organ von einem Körper in einen anderen transplantiert wird? Nun, dieses Organ ist komplett eingebunden in den gesamtpsychischen Prozess des Menschen, der da lebt. Und wenn es jetzt verpflanzt wird, dann gewinnt die Frage nach Organkompatibilität plötzlich eine ganz andere Dimension, buchstäblich. Also nämlich eine fünfte und sechste Dimensionen, zwei zusätzliche Dimensionen. Die Psyche des Empfängers muss nämlich beginnen mit dem Ilcor, also der Subpsyche, könnte man sagen, des Organs zu interagieren. Sonst kann nämlich die Integration in dessen körperliche Abläufe überhaupt nicht funktionieren. Und die psychischen Belastungen, die hier jetzt auftreten, haben jetzt eine ganz handfeste Ursache. Sie sind eben nicht nur Epiphenomene oder nur psychisch, wie das die Medizin gerne abtut. Hier treten Interaktionen auf zwischen transzendenten Aktivitäten, zwischen Empfänger und Spender. Es wird buchstäblich ein Teil einer anderen Persönlichkeit mit verpflanzt. Wie das sich auf den Empfänger auswirkt, darüber gibt es viel Literatur, oder einige seiner Literatur zumindest. Wie sich das auf den Spender auswirkt, ist es die andere Frage. Und da können wir uns nicht mehr auf die Empirik verlassen, auch nicht auf das, was wir über Nahtoderfahrung wissen. Da müssen wir uns jetzt an diesem Modell, an dieser, an Heims Theorie orientieren und versuchen, ein Bild davon zu machen. Sehen wir mal von den ethisch äußerst fragwürdigen Aspekten ab, die sich auf dem OP-Tisch abspielen können und beschäftigen uns nur mit dem, was da in der Transzendenz geschieht. Im Video über den Tod habe ich bereits ausführlich beschrieben, was in der Psyche eines Sterbenden abläuft. Nochmal zusammengefasst, die Erfahrungen des Lebens, die in den psychischen Strukturen eingeschrieben sind, werden von der Mentalstruktur reflektiert, verarbeitet und in die Mentalstruktur eingeschrieben, welche dann in der Transzendenz weiter existiert. Und was geschieht nun, wenn dieser Prozess gestört wird? Da sind mehrere Szenarien denkbar. Erstens, das Ganze läuft ganz ungestört. Der, dieser Transkriptionsprozess, dieser mentale Transkriptionsprozess läuft ungestört weiter, bevor der Empfänger eines Organs überhaupt jetzt ins Spiel kommt. Der Heim bei der Auffassung, dieser Prozess läuft umso schneller, je mehr der Sterbende mit sich im Reinen ist oder je schneller er mit sich in diesem Zustand ins Reine kommt. Das ist immer dann, wenn man mit seinem Leben zufrieden war, abgeschlossen ist, keine großen psychischen Belastungen hat und so weiter. Der Ilko des Organs wird also losgelassen und der Empfänger kann dann damit machen, was er will. Zweitens, dieser Prozess läuft noch, während das Organ in den Empfänger hinein verpflanzt wird. Und jetzt kommt es wirklich darauf an. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist so, als würde eine sehr intime Verbindung zwischen zwei Menschen geknüpft, die sich überhaupt nicht kennen. Und wahrscheinlich auch auf diesen Vorgang, der da mit ihnen geschieht, völlig unvorbereitet sind. Und dann kommt es darauf an, ob man miteinander kann. Das kann harmonisch gehen oder es kann sein, dass beide das Gefühl haben, sie verlieren den Verstand. Ersteres ist offenbar immer dann der Fall, wenn es dem Empfänger gelingt, eine liebende Verbindung zu seinem Spender aufzubauen. Auch über solche Fälle gibt es sehr berührende und sehr positive Geschichten. Vielleicht zieht sich der dann Verstorbene auch irgendwann endgültig aus dieser Beziehung zurück oder von seinem Organ und geht ungestört seiner transzendenten Wege. Und der dritte Fall, wenn nichts davon funktioniert, dann haftet der Spender dauerhaft an dem Organ und kann diesen Prozess psychisch nicht akzeptieren, nicht nachvollziehen. Und das bedeutet, beide leiden mindestens so lange, wie der Empfänger am Leben ist. Es gibt bei vielen Menschen eine instinktive und vor diesem Hintergrund, den ich versucht habe zu skizzieren, sehr verständliche Ablehnung gegen die Transplantationsmedizin. Vor allem, wenn man mit einem Typus von Ärzten und auch Gesundheitspolitikern konfrontiert ist, die hier keinerlei Sensibilität zeigen und die transzendente Existenz schlichtweg leugnen oder ignorieren. Ich habe das nun versucht zu zeigen, was da noch alles dranhängt und auf was sich ein Spender und ein Empfänger bei einer Organtransplantation eigentlich einstellen müssten. Ich glaube nicht an ein Schwarz oder Weiß bei diesem Thema und ich schließe nicht kategorisch aus, dass Transplantationsmedizin eine gute Sache sein kann. Angesichts der tiefen Unwissenheit, die sich durch unsere Gesellschaft zieht, beim Thema Tod und beim Parapsychologischen, Paraphysikalischen sowieso, halte ich unsere Kultur und Medizin dafür eigentlich nicht für bereit. Die Entscheidung für eine Organspende muss vom Spender, niemals von seinen Angehörigen, sondern vom Spender, im vollen Bewusstsein solcher Konsequenzen als selbstloser Akt des Schenkens gemacht werden. Und ein Empfänger sollte sich hinreichend mit dem Tod auseinandergesetzt haben, um dieses Geschenk in einer Weise zu akzeptieren, die seinem Leben danach einen höheren Sinn verleiht, vorzugsweise einen selbstlosen Sinn. Ich glaube, das wären die Voraussetzungen dafür, dass so etwas gut funktionieren könnte, in Sechsdimensionen und in Farbe.